Das ist natürlich eine Ansage, jetzt liegen sie vorn und das wäre gleich bedeutend mit dem Aufstieg, ja, aber wenn wir auf die Uhr schauen, es ist noch lang, lang zu spielen. Was für ein toller Treffer aus ganz weiter Ferne und den hat er super getroffen und eigentlich müsste sich ja herumgesprochen haben, dass er aus dieser Ebene... ...sofern und brandgefährlich ist.